Regen, Regen und nochmals Regen. Trotz Ferien geht bei diesem Wetter wohl kaum ein Kind freiwillig vor die Tür. Die große Ausnahme von dieser Regel kann allerdings in Oberstaufen bestaunt werden. Hier spielen 36 Mädchen und Jungen in verschiedenen Gruppen, gerade mit vollem Einsatz um die Campmeisterschaft. Denn die Chance mit einem ehemaligen Nationalspieler zu kicken, lässt sich wohl niemand entgehen. Unter den teilnehmenden Kindern sind etwa 20 Schülerinnen und Schüler aus dem Diakonischen Hör- und Sprachzentrum der Zieglerschen. Ins Hörsprachzentrum kommen Kinder mit Sprachbehinderung und mit Hörschädigung. Die Sprachbehinderung kann man sich so vorstellen, da zählt das leichte Lispeln dazu, bis hin zu schweren Stottern. Kinder stottern, Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche, Kinder mit auditiven Wahrnehmungsstörungen. Also Kinder, die nichts sortieren können bei den vielen Eindrücken, die zu ihnen kommen. Und die werden bei uns in kleinen, sehr überschaubaren Klassen sechs Kinder in einer Klasse betreut, beschult. Doch da es nicht immer nur Schule sein muss, versuchte Wilhelm Hiesinger, seinen Schülern in den Ferien etwas Abwechslung zu ermöglichen. Wir haben angefragt bei der Grumbach-Stiftung, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Ferienfreizeit von Kindern des Hörsprachzentrums zu unterstützen. Und dann hat Herr Steinhauser sich bei uns gemeldet, hat darauf aufmerksam gemacht, es gibt hier dieses Fußballcamp. Und da waren wir natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir 20 Kinder von uns hierher schicken durften. Der ehemalige Fußballprofi Karl-Heinz Riedle hatte das Camp 1997 in Oberstaufen gegründet und hier auch gleich in ein Sporthotel investiert. Die dort stattfindenden Trainingswochen sind für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren gedacht. Vom Vereinsspieler bis zum Hobbyfußballer kann jeder mitmachen. Auf die Idee eigentlich mit den Fußballcamps oder überhaupt mit der Hotellerie kam er damals, wo ich in Liverpool gespielt habe. Und ich habe immer schon Spaß daran gehabt, eigentlich mit Kindern zu arbeiten, weil man doch sehr viel zurückkriegt. Und ja gut, dann komme ich aus der Region und ich hatte mir damals irgendwann gedacht, so irgendwann will ich mal wieder hierher. Und das wäre eigentlich eine schöne Geschichte, so etwas hier zu etablieren. Eine schöne Geschichte ist es auch für die 20 hör- und sprachgeschädigten Kinder aus Baden-Württemberg. Sie dürfen in bunt gemischten Gruppen mit anderen Altersgenossen trainieren und dank vieler Ausflüge auch das Allgäu kennenlernen. Probleme habe es bei dem gemeinsamen Training kaum gegeben, so Riedle. Fußball verbinde eben. Und die Kinder hätten durch diese Erfahrung an Selbstbewusstsein gewonnen. Ja, das ist natürlich jetzt einfach zu sagen, sie haben sich da weiterentwickelt. Aber ich denke schon, dass sie einiges mitnehmen werden aus der Woche, das sie vielleicht so im normalen täglichen Leben nicht haben. So vor allem auch gewisse Aufgaben, wo wir in dem Camphaus auch für die Kinder bereitstellen. Also sie müssen natürlich auch alle ein bisschen mithelfen im Haushalt oder in der Küche. Das machen sie alle ganz toll und ich denke, dass sie da auf jeden Fall ein bisschen auch für sich was mitnehmen. Und nochmal speziell aus dem Klettergarten, glaube ich, haben sie auch viel Selbstbewusstsein mitgenommen. Neben allem Selbstbewusstsein haben die Kinder aber vor allem eines mitgenommen. Trainingstipps von Karl-Heinz Riedle. Ob einer von ihnen dem ehemaligen Nationalspieler auf seinem erfolgreichen Weg folgen kann, das wird die Zukunft zeigen.